Die Hoffnung steigt von Licht zu Licht, die Botschaft gibt uns Zuversicht. Die Unmenschlichkeiten gehen bald zu End, denn Gott kommt als Mensch, es ist Advent. Die Hoffnung steigt von Licht zu Licht, die Botschaft gibt uns Zuversicht. Die Unmenschlichkeiten gehen bald zu End, denn Gott kommt als Mensch, es ist Advent. Denn Gott kommt als Mensch, es ist Advent. Gott steckt uns den Ehering an alle Jahre, umwirbt uns zur Ewigkeit jedes Jahr neu. Der Kranz und der Ring und die Liebe, die Wahrne, die haben kein Ende und Gott bleibt uns treu. Die Hoffnung steigt von Licht zu Licht, die Botschaft gibt uns Zuversicht. Die Unmenschlichkeiten gehen bald zu End, denn Gott kommt als Mensch, es ist Advent. Denn Gott kommt als Mensch, es ist Advent. Violet ist der Alltag und nüchterne Prosa, weil Unrecht auf Erden so oft überwiegt. Doch dann erscheint mittendrin plötzlich ein Rosa, weil Freude im Hoffenden alles besiegt. Die Hoffnung steigt von Licht zu Licht, die Botschaft gibt uns Zuversicht. Die Unmenschlichkeiten gehen bald zu End, denn Gott kommt als Mensch, es ist Advent. Denn Gott kommt als Mensch, es ist Advent. Die Botschaft vom Himmelreich wird immer dichter und jedes Jahr schauen wir ganz kurz hinein. Denn auf dem Glanz brennen auch immer mehr Lichter und hüpfen am Baum, dann im strahlenden Stein. Die Hoffnung steigt von Licht zu Licht, die Botschaft gibt uns Zuversicht. Die Unmenschlichkeiten gehen bald zu End, denn Gott kommt als Mensch, es ist Advent. Denn Gott kommt als Mensch, es ist Advent. Wir gehen hin zu dem Licht, Gott ist Begleiter, allmächtig und ewig ist, der mit uns geht. Gebrochenen Zweige sind wir eben noch weiter, weil ewiges Leben ja gar nicht vergeht. Die Hoffnung steigt von Licht zu Licht, die Botschaft gibt uns Zuversicht. Die Unmenschlichkeiten gehen bald zu End, denn Gott kommt als Mensch, es ist Advent. Denn Gott kommt als Mensch, es ist Advent. Nach dem Sinn, es ist Advent. Vielen Dank.